Konnichiwa, Watashiwa, Anato no AI des. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonFZone4 und in diesem Video geht es um Waifu Diffusion, einem AI Anime Model, mit dem man sich seine eigenen Waifus generieren kann. Zu allererst müsst ihr die Stable Diffusion Web UI installieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, rechts oben in der Infobox findet ihr das entsprechende Video oder in der Videobeschreibung. Falls ihr das schon gemacht habt, schaut einfach hier weiter. Ich habe mal wieder eine Vergleichstabelle mitgebracht, da seht ihr den Vergleich mit Stable Diffusion 1.4, darauf baut nämlich Waifu Diffusion auf. Ihr seht, wie die Bilder von links nach rechts immer mehr in Richtung Anime gehen und das ist im Grunde genau das, was wir ja wollen. Wir wollen Anime Bilder erstellen, aber ihr könnt selbstverständlich auch die anderen Waifu Diffusion Modelle herunterladen, wie beispielsweise Waifu Diffusion 1.2. Die Ergebnisse sind zwar nicht wirklich Anime-like, aber sind dennoch wunderschön, finde ich persönlich. Ich finde diesen Stil, der hat was. Und wenn ihr das herunterladen wollt, klickt auf Waifu Diffusion 1.2, den Link in der Videobeschreibung. Ihr werdet direkt zum Download geführt und ladet die Datei herunter. Bei Waifu Diffusion 1.3, wenn ihr das herunterladen wollt, dann landet ihr auf dieser Webseite. Ihr findet das entsprechende Model dann hier und könnt es hier herunterladen. Ihr klickt einfach drauf, zum Beispiel auf Float32 Emma Prunet, die 4 GB Datei, die kennt ihr ja bereits. Von Stabil Diffusion klickt ihr einfach drauf und kommt dann zu dieser Seite und klickt hier auf Download. Wenn ihr allerdings Waifu Diffusion 1.3 Pen Ultimate haben wollt, dann klickt ihr auf den entsprechenden Link. Da kommt ihr hier bei Waifu Diffusion 1.4 raus. Lasst euch da nicht irgendwie irritieren. 1.4 gibt es leider noch nicht. Wenn ihr das Video seht, kann es aber sein, dass es 1.4 bereits gibt. Soll im Dezember rauskommen und vielleicht kommt zwischendurch ja mal eine Vorabversion raus. In jedem Fall klickt ihr bei Files and Versions drauf und dann bei Models. Und findet hier Waifu Diffusion 1.3 Pen Ultimate und könnt das Ganze herunterladen. Klickt einfach drauf und dann hier auf Download. Dann habt ihr entsprechend die Dateien, die ihr braucht. Was ihr noch braucht, ist die VAE. Die müsst ihr auf jeden Fall herunterladen. Klickt hier drauf auf den Ordner und ladet kl-f8-anime2.ckpt runter. Diese Datei auf jeden Fall herunterladen. Ihr werdet gleich sehen, wofür diese Datei ist. Das ist die neue VAE-Datei bzw. VAE für Anime-Bilder ist die gedacht. Und darum geht es ja hier bei uns. Ladet diese Datei auf jeden Fall herunter, egal welches Model ihr verwenden wollt. Habt ihr das Ganze gemacht, dann müsste das in eurem Download-Ordner ungefähr so aussehen mit den entsprechenden Modeln, die ihr haben möchtet. Kopiert diese einfach bei Stable Diffusion WebUI in euren Ordner, bei Models und hier Stable Diffusion hinein. Habe ich bereits gemacht, habe ich einmal wifu-de-fusion 1.3 full, wifu-de-fusion 1.2 full und wifu-de-fusion penultimate habe ich hier die drei Dateien, die Checkpoints und ich habe hier oben noch die neue VAE. Die neue VAE, wie bereits bei der anderen VAE für 1.5, müsst ihr ein wenig umbenennen, zumindest die Endung. Die Endung nennt ihr einfach um zu, also ihr löscht das CKPT raus und ändert die Endung zu VAE.pt. Drückt Enter, dann sagt ihr euch, dass es die Datei möglicherweise unbrauchbar macht. Das ignoriert ihr und drückt einfach auf Ja, ihr möchtet das ändern. Ihr könnt den Dateinamen auch noch ändern, wenn ihr das wollt. Das würde ich sogar empfehlen. Nennt das Ding einfach Anime VAE. Das ist dann besser zu verstehen in Zukunft. Da wisst ihr immer, worum es eigentlich geht. Nun könnt ihr ganz normal euer Stable Diffusion starten, eure Stable Diffusion WebUI, wie ihr es gewohnt seid. Wenn ihr die Stable Diffusion WebUI ganz normal gestartet habt, dann könnt ihr hier oben euer entsprechendes Model auswählen. Sobald es geladen ist, kann man es verwenden. Aber wir werden die VAE noch umstellen. Unter Settings findet ihr, wenn ihr die aktuelle Version der WebUI habt, findet ihr dort relativ weit unten SDVAE und könnt hier Anime VAE ändern. Und dann oben auf Apply Settings klicken. Das bewirkt, dass wir jetzt die Anime VAE verwenden und mit der arbeiten können. Wir können jetzt also verbesserte Anime Bilder erstellen. Die sind leicht smoother, kann ich jetzt in einem Vergleichsbild schwer darstellen, weil die YouTube Qualität das wahrscheinlich wieder ein bisschen rückgängig machen würde. Ich lade euch Bilder hoch und ihr könnt die in der Videobeschreibung angucken, die Vergleichsbilder. Ihr könnt das Ganze jetzt in jedem Fall verwenden. Ihr könnt jetzt eingeben Close Up Girl Black Hoodie und Outdoor beispielsweise. Und dann könnt ihr das Ganze generieren. Wir haben ein Anime Bild bekommen. Es ist nicht perfekt. Ihr kennt es. Stable Diffusion. Ihr müsst schon sehr viele Bilder generieren, ehe ihr da wirklich wunderbare Ergebnisse habt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen, aber bei Vipode Fusion kann man das ein wenig beeinflussen durch Boru-Tags, durch die Verwendung von Boru-Tags. Was sind Boru-Tags? Das wird hier auf dieser Seite, wo ihr die 1.3 runtergeladen habt, ein wenig erklärt. Bei Prompting wird hier erklärt, was Boru-Tags sind. Das hier wäre jetzt zum Beispiel der normale Tag und das wäre die Umwandlung in Boru-Tags. Hier habt ihr noch andere Beispiele mit Boru-Tags. In jedem Fall könnt ihr euch das mal angucken und das solltet ihr auch tun. Wie komme ich jetzt auf diese Boru-Tags? Woher kenne ich diese Boru-Tags? Das ist eigentlich ganz einfach. Dafür gibt es zwei relativ gute Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine Extension. Achtet darauf, dass ihr die aktuelle Version von der Stable Diffusion Web-UI habt. Da könnt ihr Extensions über den Extension-Tab installieren. Und zwar bei Install from URL. Und dort kopiert ihr euch den Link zu der Extension Boru-Tag Auto-Completion for A11.11. Geht zurück, kopiert hier die URL ein, klickt auf Install und dann installiert ihr euch das Ganze. Nun steht hier Use Install Tab to Restart. Das müssen wir machen, sonst würde es nicht funktionieren. Da gehen wir auf den Install Tab. Achten darauf, dass hier das Häkchen ist. Klicken auf Apply and Restart UI. Wir haben hier oben Auto-Completions Options und Enable Auto-Complete. Das brauchen wir und können jetzt quasi Boru-Tags, kriegen wir jetzt quasi vorgeschlagen. Wenn ich jetzt eingebe Girl beispielsweise, steht hier automatisch One Girl. Das ist ziemlich praktisch, weil Wife for the Fusion hauptsächlich mit Boru-Tags trainiert wurde. Zumindest Wife for the Fusion 1.3. Das Ganze trifft auf Wife for the Fusion 1.4 möglicherweise dann nicht mehr zu. Und auf Wife for the Fusion 1.2 vielleicht auch nicht. Aber bei Wife for the Fusion 1.3, wenn ihr das verwenden wollt, braucht ihr die Boru-Tags in jedem Fall, um die Bildqualität ein wenig zu verbessern. Wenn ich jetzt beispielsweise eingebe Background, schlägt er mir zum Beispiel vor Simple Background, White Background und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt einen simplen Background. Einen ganz einfachen, simplen Background. Wir wollen wirklich den Fokus auf dieses Mädchen. Was auch noch sinnvolle Tags wären, wäre sowas wie Solo oder auch sinnvoll wären natürlich Klamotten. Wir können bei dem Hoodie bleiben. Hoodie, wir können Black Hoodie nehmen. Wir können auch die Haarfarbe natürlich noch ändern. Und dann Blond her. Wir können auch die Haarlänge entscheiden. Her. Und dann steht hier dann wirklich auch Vorschläge. Mit Pfeiltasten kann ich über die Vorschläge gehen. Kann mir jetzt zum Beispiel Short her. Ich möchte jetzt, dass sie kurze Haare hat, die Dame. Und kann das Ganze generieren. Und dann sieht das so aus, das Ergebnis. Man kann natürlich auch, wenn ich jetzt den Seed behalte, könnte ich jetzt beispielsweise noch, ich möchte jetzt, dass sie Elfenohren hat. Also Pointy Ears. Pointy Ears. Mal gucken, ob wir dasselbe Bild mit Pointy Ears bekommen. Mit dem selben Seed. Und wir generieren. Und ja, das ist ziemlich ähnlich. Und wir haben ein Elfenmädchen in einem dunklen Hoodie. Das ist doch ziemlich cool. Dann können wir noch sowas wie Backlight hinzufügen. Backlighting. Backlighting. Generieren. Und dann haben wir noch ein bisschen cooles Licht von hinten. Naja gut. Ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Aber man sieht, es tut sich ein bisschen was. Und ja, das sieht schon besser aus. Mit einem anderen Seed sieht es gleich besser aus. Und wie ihr seht, es ist immer noch Stable Diffusion. Wir müssen immer noch mit den Seeds arbeiten. Und erhalten mit unterschiedlichen Seeds unterschiedliche Ergebnisse. Das ist halt immer so. Das wird sich nicht ändern. Aber wir können über die Borutex das Bild etwas besser steuern. Was auch eine gute Sache ist, ist Deep Den Borrow. Das erkläre ich euch jetzt. Ganz einfach. Schließt erstmal alles. Und geht zurück in euren Stable Diffusion Web UI Ordner. Wenn ihr die Windows Batch Datei mit Rechtsklick und dann Bearbeiten im Text Editor öffnet, könnt ihr hier Command Line Argumente hinzufügen. Dort fügt ihr einfach eins hinzu. Ich habe hier bereits eins. Aber das spielt keine Rolle. Wir fangen direkt vor dem Istgleich an oder hinter dem Istgleich. und schreiben Minus 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 Minus. Und dann Deep Den Borrow. Und wenn ihr mehrere Argumente habt, mit Leerzeichen trennen, speichert das Ganze ab. Also, das Argument Deep Den Borrow. Ich hoffe, ihr habt es jetzt richtig geschrieben. Ja, sieht gut aus. Und dann starten wir das Ganze. Das kann sein, dass er Deep Den Borrow erstmal bei euch installieren muss, wenn ihr es noch nie verwendet habt, was ja in eurem Fall so sein wird. Dann dauert das eine Weile. Steht dann auch hier Installing Deep Den Borrow. Kann ein bisschen dauern. Wartet einfach. Wenn Deep Den Borrow installiert ist und ihr das Programm einfach wieder neu gestartet habt, wie ihr es bereits kennt, dann habt ihr bei Image to Image einen neuen Interrogate Deep Borrow Button. Der ist jetzt neu. Und damit könnt ihr Bilder auf Borrow Tags analysieren. Wenn ihr jetzt ein cooles Anime Bild habt, woher auch immer, vielleicht auch selbst gemalt, dann könnt ihr die Borrow Tags für dieses Bild angezeigt bekommen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich kann euch das jetzt mal kurz demonstrieren mit den Bildern, die wir gerade generiert haben. Dieses Bild hier, das finde ich mega cool. Und einfach per Drag and Drop hier rein, bei Image to Image, wie gesagt. Und drücke auf Deep Borrow. Dann lädt das. Dauert ein bisschen. Beim ersten Mal starten von Deep Borrow wird das Ganze nochmal komplett installiert. Habe ich vergessen zu sagen. Aber das wirklich nur beim ersten Mal lädt ihr nochmal ein bisschen was herunter. Ich habe jetzt eine Fehlermeldung bekommen. Die sollte aber eigentlich kein Problem sein. Die hatte ich schon mal bekommen. Dann einfach nochmal neu starten. Das Ganze einfach schließen. Und ganz normal die Stable Diffusion Web UI ganz normal neu starten. Wenn ihr das erste Mal auf Deep Borrow klickt, installiert ihr etwas. Und dann kann es passieren, unter Umständen, dass ihr eine Fehlermeldung angezeigt bekommt. Startet das Ganze dann einfach danach nochmal neu. Und dann sollte es jetzt gehen. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt geht. Aber eigentlich sollte das gehen. Ich hatte das in meinem Test auch schon. Die gleiche Fehlermeldung kann an meinem Computer liegen. Könnte bei euch aber eben so passieren. Und dementsprechend, umso besser, dass es bei mir passiert, dann wisst ihr, das ist normal. Klickt einfach auf Deep Borrow. Und dann sollte es diesmal gehen. Und zack. Schon hat er die entsprechenden Tags eingetragen. Und hier sieht man dann auch, wie solche Borrow Tags im Grunde funktionieren. One Girl, Banks. Das sind die Haare, die so ein bisschen ins Gesicht hängen oder über die Stirn hängen. Black Hoodie, stimmt. Blond Hair, stimmt. Blue Eyes, yep. Und so weiter. Hier stehen ein Haufen Sachen. Manche hauen da nicht ganz hundertprozentig hin. Aber es ist erstaunlich, wie nah sie mit ihren Tags kommt. Dann kann man sie einfach ausschneiden. Hier reinkopieren. Und kann sie eigentlich auch direkt verwenden. Wenn man das möchte. Und bekommt ähnliche Ergebnisse, wie das Anime-Bild, was man eingereicht hat. Und zack, da sind sie doch schon. Das mit der Hooded Jacket und so sollte man dann vielleicht rausstreichen. Also wo man weiß, das haut auf jeden Fall nicht hin. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht doch schon besser aus. Mit diesen Borrow Tags kann man sehr gut das Bild steuern. Fast noch besser steuern, als mit den ganz normalen Prompts, wie man sie von Stable Diffusion kennt. Das war es soweit von mir eigentlich. Wifu Diffusion 1.4 kommt im Dezember raus. Und dazu wird es dann noch ein Video geben. Es kann sein, dass es Vorab-Versionen geben wird. Die werden dann hier zum Download freigegeben sein. Bei Wifu Diffusion 1.4. Link in der Videobeschreibung. Falls es das geben wird, Vorab-Versionen, werde ich keine Videos dazu machen. Ich mache dann erst zur finalen Release-Version im Dezember nochmal ein Video dazu. Gut, das war es soweit von mir. Danke fürs Zuschauen. Tschüsseli. Und danke an Nafrayu und Mr. Drachenteufel für die Tier 2-Mitgliedschaft. Und danke an Nafrayu und Mr. Drachenteufel für die Tier 2-Mitgliedschaft.